Botschaft für hier und jetzt. Neumond, Vollmond, Witter. Jetzt im Vollmondwitter, der immer zwei Tage davor und danach ausstrahlt, erleben wir Durchbruchsenergien, denn der Witter ist ein Feuerzeichen und er hat einen Leitsatz. Ich bin und ich will. Und somit setzt er alles daran, dies auch dementsprechend durchzusetzen in dieser Durchbruchsenergie. Und das Universum verhilft uns auch dabei, durch diese Transformation jetzt durchzugehen, diese abzuschließen und auch in dieser geistigen Kraft. Man sieht es hier auch hier oben nochmal, die wundervolle Anbindung nach oben, dann die Schmetterlinge, die einem helfen, genau seine Visionen, seine Ideen, Kreativität durchzusetzen, umzusetzen. Und auch emotional im Fluss der Liebe zu sein und da durchzugleiden, locker, flockig, fröhlich und leicht. Und das ist die Durchbruchsenergie des Witters. Ich bin und ich will im Vollmondwitter jetzt im Oktober, im goldenen Oktober, glorreich und erfolgreich durchzustarten. Und da möchte ich noch ganz kurz auch ein paar Kipperkarten für diesen Vollmondwitter in der Waage im Oktober, ja, mal kurz rein zu blicken, was uns denn auch diese Karten noch sagen möchten. Ich habe hier das Deck und ich möchte das ganz gerne ein bisschen nach hinten schieben. So, und jetzt kommt's. Hält nicht, macht nichts. Die Energien sind sehr stark und ich habe schon ein bisschen vorgemischt. Und jetzt möchte ich noch circa drei Karten zu diesem Vollmondwitter dazuziehen in dieser Durchbruchsenergie. Ja, ich habe es gesagt, erfolgreich und chlorreich. Also es wird auf jeden Fall expandieren, diese Energie und uns Schubkräfte verleihen, wo wir dachten, dass wir niemals in diese Kraft gehen können. Sie wird uns verleiht. Wir werden erfolgreich sein. Kann auch sein, dass du einen Brief erhältst oder auch dementsprechend eine Auszeichnung oder aber einfach einen Zugewinn mitgeteilt bekommst. Und jetzt, dann möchte ich noch eine Karte bitte. Durchbruchsenergien Vollmond im Witter, jetzt im Oktoberwaage. Jawohl, große Veränderungen stehen an, eventuell auch ein Umzug. Aber es geht voran, der Wagen ist gespannt. Man hat alles an Gütern dabei. Und der Wagen sagt mir auch, wir haben heute am Tag der Deutschen Einheit, wo ich dieses Video drehe, am 3.10. oben der Glockenturm in Bayern. Ich bin auch gerade in Bayern. 3 Uhr, heute am 3.10. in dieser Herrscherinkraft wachsen und gedeihen und neues gebären. Ja, der Neubeginn steht an. Wir schreiten durch das Tor des Neubegins. Die Pferde sind gespannt, das heißt, es geht vorwärts und es ist auch eine Witterenergie, kraftvoll in diesem Pferd, in diesem Krafttierpferd zu sein und voranzugaloppieren. Auch dazu gerne, Krafttierpferd auf meinem YouTube-Kanal, Clarissa M.seite, Lichtwegimpulse Atlantis genießen. Und die Abschlusskarte, wo führt das Ganze hin jetzt? Im Vollmondwitter. In den Reichtum, in die Meisterschaft der Elf, 1 plus 1 gleich Liebe. Und hier sind lauter Nullen drauf oder was auch immer. Also der Neubeginn ist förmlich da, er ist schon da. Er wird da sein diese Woche und er wird glorreich und erfolgreich sein. Und das sind genau diese Durchbruchsenergien, die wir hier eben schon angezeigt bekommen haben. Und das ist einfach nur noch wunderbar. Die Veränderung ist da, der Durchbruch ist da, das Erfolgreichsein ist da und kann auch sein, dass wenn du heute ein Los ziehst oder morgen dann, wenn die Geschäfte wieder offen haben oder diese Woche ein schöner Zugewinn da sein wird. Oder du bekommst einfach eine Rückzahlung oder ganz viel Anerkennung und ganz viel Unterstützung, genau in diese Kraft hineinzugehen. Und somit wünsche ich viel Glück, Namaste und eine feine Woche, Claire.